hallo der jan hier ich habe hier ein abwassertank bestellt 23 liter rollbar der bügel wird umgeklappt fertig kann man hinter sich her ziehen ja wie so ein trolley hat auch einen grund warum ich ihn bestellt hat beim letzten campingurlaub der normale einmal ein bisschen laut der normale einmal konnte man nur zur hälfte ein bisschen mehr füllen mit abwasser und zehn liter sonst wäre der übergespappt und das war so was von lästig in zwei am tag wegzubringen habe ich mit ihnen bestellt hier kommt dann das rohr rein vom wohnwagen ganz easy zudrehen den blindstutzen braucht man nicht hier ist ein kleiner zum ablassen ja wie ich finde klasse sache sollte man haben wenn man so weit man keinen festen hat wenn man einmal werde ich nicht mehr machen deswegen habe ich mit ihm bestellt hier aber klein kompakt 23 liter tolle sache must have und ist teuer 29 euro super sache bis dann macht's gut